mit den querstreifen siehst du ganz und gar nicht fett auf Ah, hör auf. Hallo. Hey, warte. Bevor du da draufklickst, gib doch dem Video hier einen Daumen nach oben. Wenn du schon dabei bist, dann drück auch gleich die Glocke und schreib einen Kommentar. Ja, und dann kannst du den Kanal hier auch gleich abonnieren. Das zahlt sich bestimmt für dich aus. Man sieht sich.